Muss ich wohl oder übel die Waffenproduktion doch wieder aufnehmen Und Ich glaube ich beende für heute Probieren wir es beim nächsten Durchgang, vielleicht schaffen wir es da Lassen wir den wild gewordenen Roboter vernichten Ich sage dann tschü Schön, dass ihr zugesehen habt Bis zum nächsten Mal So, hallo Leute, da bin ich wieder Nach meinem kurzen Berlin Trip Wollte ich gleich als erstes mal wieder Anno zocken Und die Framework musste ich noch ein bisschen fangen Aber das hoffentlich hat sich gleich So, was habe ich denn vor Ach, ich muss ja den Computer hier mal zerstören Was haben wir hier, was haben wir hier Ein Pfeil Auftragsobjekte Treibt gut Ja Gut, erstmal zurechtfinden Und ich hoffe, das habe ich gleich Was bist du für ein Schiff Ach, du transportierst hier hin und her Ist toll, ist toll, ist toll So Was ist denn hier los Einnahmen haben wir 322 Ich baue hier nochmal so ein Schiff, wenn ich Munition hätte So, erstmal kurz zurechtfinden Hier wird unser Stahl produziert So, Werkzeuge Okay, zwei Werkzeugschmieden Ah, ich finde hier schon wieder die Munitionsproduktion nicht Hier haben wir Windkraft Kohle Ah, hier wird unsere Munition produziert Jetzt habe ich es wieder So, wie sieht es denn mit dem allgemeinen Ding aus Nahrung sieht schlecht aus Wieso auch immer Die laufen auf 130% Die haben jetzt mal kein Gammelfleisch mehr On the top So, äh Die brauche ich So, gucken, gucken, gucken Fisch haben wir Äh, hoppala Hier haben wir Gammelfisch Oh, Biokost Ach ne, was braucht ihr? Die Arbeitsbedingungen hier sind zu 100% perfekt Sie wissen wirklich, was Laboranten wie ich brauchen Äh, huch Ach ja, die Nahrung Achtung Produktionsstillstand Wow Ich sehe hier keinen Produktionsstillstand So, ich glaube Zack Ich brauche hier noch Ich brauche hier noch Und brauche hier noch So Ne, die Plankton Produktion Text bitte Die hier So Bam So, sechs so Dinger Eins Zwo Drei Vier Fünf Und die sechs So Dann können die auch mal produzieren So Wir machen Kaffee Zuckerraffinerie Perfekt Ich habe mich damit abgefunden, dass ich hier keine Frau finde, die in meinem Intellekt gewachsen ist Oh Das ist aber blöd, ne Das ist schade für dich Habe ich eigentlich so ein Teil schon Muss ich direkt mal nachgucken Äh Ist schon wieder ein bisschen her hier, dass ich Ach, das kann ich nur unter Wasser produzieren Muss ich direkt mal in mein Unter Wasser Ding gucken Da haben wir es Zu 105% Ich glaube, so ein Teil brauche ich noch Und läuft es, glaube ich, ein bisschen besser Dass ich hier Mal Auf den grünen Zweig komme Für meine Herrschaften hier Was hier sich mal ein paar Bequemen Noch ein bisschen aufzusteigen Ich wurde dich nicht in die Abteilung 7 Äh, versetzt Jetzt darf ich auch in dem neuen Hightech-Labor arbeiten Ah, gut Aber es geht vorwärts So, wie sieht's aus? Kann ich nochmal so ein Kampfschiff produzieren Oder nicht? Nö Die Munitionsproduktion ist ein bisschen Schleppend hier Aber ich will hier nicht nochmal Hier so ein bisschen aufdrehen Weil sonst ist das blöde Wohnhäuser bräuchte ich Weil sonst geht sich hier nix Meines Erachtens So, was produziert ihr eigentlich alle miteinander? Ich weiß es gar nicht mehr Hormel zum Glücklichsein gefunden Jetzt fehlt mir Nur noch eine Frau dafür Aktivität Achso, du bist so weit vom Forschungszentrum weg Ja, hilft dir ja nicht Hilft dir ja nicht So, was produzierst du? Ach, die Power-Getränke Wie sieht's denn eigentlich mit denen aus? Die Power-Getränke Was produziere ich die überhaupt? Hier sind sie Einen haben wir nur noch auf Lager Das ist ja auch doof Die Power-Getränke Die gehen ihnen auch ein bisschen ab Ist ja doof Ich hab mich damit abgefunden Dass ich hier keine Frau finde Die meinem Intellekt gewachsen ist Ja, du armer Kerl Du armer Kerl Jeder braucht doch eine Frau hier Die produzieren auf 92 Die auch nur Schon komisch Schon komisch Jetzt drück ich mal hier ein bisschen aufs Plus Dass ich hier endlich mal Mein Schiff bauen kann Oder probier ich mit Ich mach was anderem So ein Flughafen wäre schon cool Ermögliche ich den Bau von Flugzeugen Ist mir schon klar, ne? Aber für das Fehlt mir noch ein bisschen Carbon hier Und ich werde gar keine Carbon-Fabrik haben, oder? Habe ich die wegrationalisiert? Doch, hab ich Achso, die habe ich ausgeschalten Weil ich eh schon so viel Öl hab Oder Oder Wo haben wir's denn? Wo haben wir's denn? Ja, hab ich noch einiges So, jetzt Produziere ich hier jetzt mal Das Schifflein hier Das muss ja auch sein So Nahrung geht endlich wieder aufwärts hier Ja, da wollte ich eh rein So Wo sind denn die Dinger? Da sind sie Wieso wird hier so schlecht produziert, meine Jungs? Wieso? Könnt ihr mir das sagen? Ich hab da draufgeklickt Verflucht 96% 105 Es geht ja aufwärts So, und wie sieht's hier aus? Ja Ich glaube, ich muss noch so ein Ding aufstellen Weil ich hier schon wieder eine Überproduktion habe Ist ja nicht schlimm Dagegen kann ich ja ansteuern Nicht, dass meine Leute hier unzufrieden werden, ne? Die Arbeitsbedingungen hier sind zu 100% perfekt Sie wissen wirklich, was Laboranten wie ich brauchen So, Informationen Braucht ihr denn für Informationen? Steht nicht hier Fahrzeug fertiggestellt Perfekt Äh Und das öffentlich Beeinflusst die Bevölkerung Medienprogrammen Stillt das Bedürfnis nach Information Was fehlt mir denn noch? Achso, Carbon, wie immer So Ich würde hier gern das Zeug holen, aber Ich glaube, da muss ich Angst haben, dass ich hier zerstört werde Er ist hier doch ziemlich Abschussfreudig aussieht Entziehen Sie Faser die Kontrolle über Core Setzen Sie Faser mit So Ich hau euch mal einen Baustopp rein Die kleinen Häuser bitte, danke So, dann Okay, hoffentlich endlich Bald mal mein Carbon Für den Flughafen Für den Flughafen Äh, huch Dafür Werde ich ja nichts besonderes brauchen Hoffe ich Ich weiß es gar nicht So Mal gucken, mal gucken, mal gucken Äh Meine Ratlosigkeit Kommt eigentlich immer daher Dass ich nicht weiß Ähm Ja, weil ich es einfach noch nicht Vorgespielt hab Ja, aber wirklich nur Gespielt Fürs Let's Play hier So Jetzt drücken wir hier aufs Plus Dass ich hier mal meinen Carbon Hier krieg Ah, mein Geld steigt Wie schön, wie schön Vielleicht komme ich hier mit Flugzeugen Ein bisschen besser zurecht Gegen den übermächtigen Gegner Wie sieht es hier mit der Munitionsproduktion aus? Ja, ich hätte wieder 15 Ich könnte noch ein Schiff bauen So Ja, da hab ich irgendwas hinbringen müssen Ich weiß aber nicht mehr was So Hoppala Falsches Ding Äh Items Äh Nö Nö Datentabelle Inflationen über ein Schwachstelle des Computer-Virus Quest-Gegenstand Verwenden Sie folgende Antivirus So Mal gucken Das habe ich hier irgendwie Forschen können Hier war's Antivirus Technologie Komm, muss ich machen Modulkonstruktion Finalisiert Ja, danke Mal gucken, was ich noch so forschen kann Motor